Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wieder zu sehen. Heute habe ich, wie ihr am Titel vielleicht schon gelesen habt, mein Geburtstagsgeschenke-Hall für euch und zwar alles, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Heute wird es nicht nur um Parfüms gehen, denn ich habe auch ein bisschen was anderes bekommen und wollte das gerne mit euch teilen. Also wenn ihr Lust drauf habt, bleibt bitte gerne dran und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen kleinen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr es euch, abonniert meinen Kanal. Mich würde es sehr, sehr freuen, euch hier zu begrüßen und ansonsten denke ich, starten wir. Vor zwei Tagen war mein Geburtstag und ich war, ja, in der Situation, dass ich das alles hier, was vor mir steht, bekommen durfte und bin wahnsinnig, wahnsinnig dankbar dafür und über, über glücklich. Die ersten zwei Geschenke sind, glaube ich, die, die am spannendsten für die meisten meiner Abonnenten sind und zwar sind es die Düfte und mit denen will ich auch starten und der erste Duft, den ich bekommen habe, haben zwei Abonnenten von mir sogar erraten, nach meinem letzten Video, wo ich gesagt habe, ich wünsche mir einen BDK-Duft noch zu meinem Geburtstag und zwei haben es tatsächlich erraten, es ist Gris Chanel von BDK. Ich wollte diesen Duft unbedingt haben, von der Minute, als ich ihn gerochen habe, wusste ich, es ist absolut meins. Es ist ein cremig-würziger Duft mit Kardamom, Feige, schwarzem Tee, Iris, Veteva, Sandelholz und Tonkabohne. Ganz von Anfang an, Leute, ich glaube, dieser Duft ist definitiv niemals was für einen Blindkauf. Ich kenne viele, die haben sich den Blind gekauft und waren wahnsinnig enttäuscht und sagen, es ist überhaupt nicht meins. Manchen ist er sogar zu maskulin, er ist absolut unisex, ich finde ihn jetzt für meinen Geschmack überhaupt nicht maskulin, Leute. Ich habe Probleme mit zu maskulinen Düften, das wisst ihr, aber bei Gris Chanel habe ich das Problem jetzt überhaupt nicht für meine Nase. Ich finde, es ist ein einzigartiger, cremiger Teefeigenduft. Für mich sind die Hauptnoten wirklich Tee, Feige und Kardamom. Dieser Kardamom, glaube ich, gibt ihm dieses gewisse Etwas, was nicht für jedermann ist und das muss man wirklich mögen. Er ist aber sexy, finde ich, dunkel auf seine Art und Weise. Sehr unisex-tauglich. Und ich rieche irgendwie eine Kokosnote. Dieser Kardamom ist für mich gemischt mit Kokosnuss. Die Kokosnuss ist nicht gelistet. Mich würde es wahnsinnig interessieren für die Leute, die diesen Duft haben und schon benutzt haben. Riecht ihr da auch Kokos raus? Ich rieche wirklich einen Hauch Kokosnuss. Und er gibt mir dieses sexy, irgendwie tropische, cremige, holzige, dieses Sandelholz und Tonka-Bohne, gibt ihm diese Edginess auf jeden Fall. Die Feige ist hier sehr, sehr schön. Süß, cremig, niemals zu süß, niemals zu viel. Trotzdem mit einer bombastischen Siage und einer richtig guten Haltbarkeit. Von allen BDK-Düften, die ich habe, ich habe drei an der Zahl, die anderen zwei stehen hier bei mir, ist er der mit der besten Haltbarkeit. Bei ihm komme ich definitiv auf acht Stunden mit guter Projektion. Also er ist definitiv da. Ich rieche mich selber. Die anderen nehmen mich wahr. Leute, ich finde den einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig außergewöhnlich, überhaupt nicht langweilig für meine Nase. Ich finde einfach, der ist wirklich einzigartig auf seine Art und Weise. Und ich weiß nicht, er gibt mir diesen sexy Unterton. Ja, dieses maskuline, leichte Edginess, die mitschwingt, gibt für mich aber diesen sexy Touch. Für Frauen megamäßig zu tragen, Leute, wenn ihr ihn mögt. Kauft ihn nicht blind. Ich kann es euch nur sagen, kauft ihn nicht blind. Wenn ihr ihn liebt, werdet ihr ihn lieben. Aber ich glaube, da gibt es viele, die werden mit ihm nicht klarkommen. Denke ich schon. Der Vetiver und der Kardamom sind definitiv hier ein bisschen maskulin angehaucht, aber wirklich nur dezent. Es gibt ihm nur diese Edginess, ja. Das ist für eine selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will, die mit beiden Beinen im Leben steht. Das ist nichts Unauffälliges, aber nicht so penetrantes, dass ihr das nicht ins Büro tragen könntet. Das ist bürotauglich. Das ist überall im Job auch tauglich. Auch die, die im medizinischen Bereich arbeiten, können den tragen, Leute. Er ist zwar da, er ist präsent, aber er wird niemanden ärgern. Er ist nicht zu viel. Niemals. Er ist elegant, sexy, mysteriös, dunkel. Ich finde ihn auch sommertauglich. Nicht tagsüber in der größten Hitze. Abends im Sommer definitiv. Oder wenn es so ein bisschen vielleicht nicht ganz so heiß ist. Ich werde ihn tragen. Auf jeden Fall. Ich finde ihn einfach nur mega toll, Leute. Ich kann ihn nicht genug halten. Ich möchte heute nicht nur eine Parfüm-Review machen. Deswegen halte ich mich heute etwas kürzer. Er wird hier und da definitiv in meinen Reviews noch auftauchen. Und wir werden noch weiter über ihn reden. Ich habe ihn jetzt erst zwei Tage. Werde ihn aber genießen und werde euch später berichten, wie es auf Dauer mit uns zwei funktioniert. Liebe ich ihn immer noch nach einem halben Jahr. Wie schaut es dann aus? Aber für jetzt ist er einfach nur für mich der mega, mega Hammer. Gris Chanel von BDK. Das ist der erste Duft. Und der zweite ist der erste Duft aus dem Haus. Und zwar ist es Nishane. Und es ist Wulong Cha. Das war auch kein Blindkauf. Ich habe mir den gewünscht. Ich habe den getestet und war schockverliebt in ihn. Und mir gefallen noch zwei andere aus dem Haus. Die würde ich mir aber eher noch aufheben für später irgendwann. Das war der, den ich mir ausgeguckt hatte als ersten Duft aus dem Hause. Das ist ein frisch-zitrischer Duft. Und zitrische Düfte, wenn ihr mich ein bisschen kennt, ist eigentlich nicht ganz so meins. Ich glaube, den einzigen, wo ich sage, der gefällt mir sehr gut, ist der Tom Ford, den ich da hinten stehen habe. Mandarino Diamalfi finde ich super für den Sommer. Aber der hier hat etwas, was mich wirklich umgehauen hat. Für mich ist das ein perfekter Sommerduft. Wir haben Bergamotte, Orange, Tangerine, Tee, Muskat, Moschus und Feige. Das ist dieser Wulong Tee. Und ich habe sehr viele Teedüfte ausprobiert. Sehr, sehr viele. Und ich liebe Tee in meinen Düften. Auch der Gris Chanel von BDK hat Tee. Aber der hat schwarzen Tee. Der hier ist grün. Definitiv grün angehaucht. Er ist frisch. Er ist dieser grüne Tee mit Bergamotte. Das gibt ihm noch diese extra frische und dieses zitronige. Aber der Teeduft hier hat etwas, was mich wirklich umgehauen hat. Und das ist die Haltbarkeit, Leute. Das ist ein Extre de Parfum. Und es ist der erste Teeduft, der auf mir 8 Stunden, sogar bis 10 Stunden bombastisch hält. Ich habe mir den in der Parfümerie aufgetragen. Morgens irgendwann, vormittags war ich in der Stadt. Und am nächsten Morgen hatte ich ihn immer noch am Handgelenk. Ich habe geduscht. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Und das war für mich das, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein Teeduft, der es wirklich endlich mal bringt, der da ist, der performt, hat eine wahnsinnig tolle Sillage, Leute. Der ist richtig da. Haltbarkeit für den Teeduft, monstermäßig. Wenn ihr wirklich grüne Teedüfte liebt, für den Sommer sowas sucht, einen weichen, cleanen, sauberen, erfrischenden, leicht fruchtigen. Er hat ja auch diese Feige und den Moschus. Das gibt ihm so diesen Extra-Touch, wobei die Feige hier wirklich sehr, sehr zurückhaltend ist. Sie gibt ihm mit der Orange diese leichte Fruchtigkeit. Aber ich würde das eher in den Hintergrund stellen. Vordergründig ist er wirklich zitrisch, aber nicht so lemon-zitrisch frisch, sondern wirklich so grüner Tee-Bergamotte. So in dieser Art zitrig. Und für mich ist es überhaupt nicht so viel. Für mich ist es genau richtig. Er erfrischt mich jetzt im Sommer. Er gibt mir dieses cleane, saubere, gepflegte Gefühl mit einer mega-top-Performance. Auch ihr Männer da draußen. Wenn ihr Teedüfte, grüne Teedüfte, frisch, erfrischend, clean, sauber, wenn das euers ist, guckt euch den Wulong Cha an. Für mich einer der besten Sommerdüfte überhaupt an neuen Deckungen, was ich jetzt so entdecken konnte. Mein liebster Sommerduft der Welt ist Crete Virgin Island Water. Ich habe ihn euch in meinen Sommerfavoriten vorgestellt. Wulong Cha kommt jetzt direkt dahinter. Performance, Duft, Siage. Zehn von zehn Leuten. Das Haus Nishana interessiert mich wahnsinnig. Ich finde die Performance von den Düften top. Ich habe wirklich ein paar getestet. Sie werden nach und nach bei mir wahrscheinlich einziehen. Der ein oder andere. Ich habe mir noch zwei ausgebucht, die mir sehr gut gefallen haben. Aber Wulong Cha war jetzt für den Sommer ein Must-Have. Solltet ihr den noch nicht probiert haben. Ich glaube, der ist total underrated. Über das Arnie reden alle. Und ja, auch ich fand das Arnie megamäßig. Aber das wird zum Winter erst bei mir einziehen. Denn für mich ist es ein Herbst-Winterduft. Anders mit dem Wulong Cha. Übrigens, falls ihr mal sehen wollt, die Flaschen, Leute, sind richtig toll. Das ist ein 50 Milliliter Flakon und wie gesagt, Extre de Parfum. Das ist mein zweiter neuer Duft. Das war es mit den Parfums. Also für die Leute, die nur für die Parfums meine Video gucken. Ich glaube, für euch ist dann das Video hiermit beendet. Denn jetzt zeige ich euch meine, Leute, meine Geschenke, die ich bekommen habe. Und oh mein Gott, ich könnte nicht glücklicher sein. Es ist nicht oft, wirklich Leute, es ist nicht oft, dass ich so Sachen bekomme. Ich muss sehr lange sparen auf solche Luxusartikel und kaufe mir sowas wahnsinnig selten. Aber wenn dann alles so zusammenkommt und jetzt war es einfach so, dass sehr vieles zusammengekommen ist, was ich mir gewünscht habe, so über die Zeit, weil es entweder vorher nicht lieferbar war oder irgendwas anderes. Und jetzt habe ich es alles und ich zeige es euch. Und ja, es ist für mich absolut keine Selbstverständlichkeit. Und eine kleine Sache an dieser Stelle möchte ich euch noch sagen. Es sind schöne Sachen und ich liebe Designersachen. Ich liebe Luxussachen und es ist alles ganz toll, das alles zu haben. Aber es darf und soll nicht Mittelpunkt des Lebens sein. Es gibt für mich viel, viel wichtigere Dinge im Leben. Und zwar Familie, Liebe, Zusammengehörigkeit, Menschen, die ich liebe, Menschen, die mich lieben. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Ich bin sehr glücklich, diese Luxussachen haben zu dürfen. Aber es ist eben nicht Mittelpunkt meines Lebens. Und das wollte ich hier nur einmal kurz an dieser Stelle sagen. Und ich zeige euch das nicht, um anzugeben oder euch zu zeigen, was ich alles habe oder nicht habe. Sondern einfach vielleicht nur für die Leute, die es vielleicht nur online sehen können, die es interessiert und die es vielleicht sich auch kaufen möchten. Für die ist praktisch jetzt der Rest des Videos. Und jetzt quatsche ich nicht mehr weiter. Mein erstes Geschenk. Und zwar kommt es aus dem Hause Versace. Versace wird jetzt sehr groß vertreten sein, wundert euch nicht. Ich liebe Versace. Und das war ein Stück, was ich mir ganz, ganz lange gewünscht habe. Und zwar ist es die Medusa-Kette. Ich hole sie mal raus. Sie kommt schon von selber raus. So sieht sie aus. Das ist der Medusa-Kopf an einer goldenen Kette. Wunderschönes Teil für mich, Leute. Es ist Geschmackssache. Für viele wird es zu viel sein. Ich liebe zu viel. So sieht das dann aus am Hals. Die kann man auch länger tragen. Ich habe sie jetzt einfach mal so, damit ihr seht, wie es aussieht. Sie hat hier oben ein paar Kristalle. Sie gibt es in verschiedenen Ausführungen. Meine hat jetzt die Kristalle einfach nur hier oben. Und dann ist eben hier von beiden Seiten. So schaut das aus. Das ist mein erstes Geschenk. Wie gesagt, ich habe es mir wahnsinnig gewünscht. Ich bin so glücklich, sie haben zu dürfen. Und ja, ich war wirklich mehr, mehr, mehr als glücklich. Und werde sie tragen, werde sie genießen. Das ist mein erstes Geschenk. Das nächste Geschenk wird wahrscheinlich den meisten überhaupt nicht gefallen. Aber es ist ja mein Geburtstag. Es waren meine Wünsche. Und es ist schon wieder aus dem Hause Versace. Und ich habe es natürlich schon ausgepackt. Mein Handy ist schon drauf. Es ist eine Handyhülle. Und zwar ist es die 3D Silikon Medusa Hülle. So schaut die aus. Eine ganz normale Silikon Hülle in einem Neon Pink. Ich wollte sie unbedingt haben. Leute, für mich war das alles. Ich weiß, für viele wird es kitschig sein. Für viele werden sagen, oh Gott, was ist das? Es ist mir egal, weil es ist ja mein Geschmack. Und ich liebe es. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, die war auch schwer zu bekommen. Aber ich habe sie jetzt. Und so sieht mein Handy jetzt aus. Ich wollte euch einmal gezeigt haben, für die Leute, die es interessiert, die es vielleicht online gesehen haben. Es steht ziemlich ab. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also ich glaube, das ist nicht was für jeden. Für kleine Handtaschen sowieso nicht. So schaut es aus. Nochmal von Namen. Wer es dann sehen möchte. Das war mein zweites Geschenk. Ich muss gerade mal mein Handy ausschalten. So. Die dritte Sache, die ich euch zeige, ist wahrscheinlich das Unnützeste, was es gibt auf diesem Planeten. Aber Jenny musste es haben. Ein absolutes Mode-Accessory. Sonst nichts. Aus dem Hause Dior. Ich habe es natürlich schon ausgepackt. Es ist kein Unboxing, Leute. Getragen noch nicht. Aber es ist die Nano Settle Pouch von Dior in Oblique. Das ist dieser Canvas-Stoff. So sieht das aus. An einer goldenen Kette. So sieht das aus. Leute, es ist mini, mini, mini. Okay. Da passen wirklich nur Kreditkarten rein. Ein bisschen Geld. Viel mehr ist da nicht rauszuholen. Aber es sieht wahnsinnig stylisch aus. Wenn ihr das aufmacht. Das hat einen Magnetverschluss. Und dann ist hier einfach so ein, einfach nur ein, praktisch so ein Etui. Hinten könnt ihr das einmal an den Gürtel festmachen. Oder ihr könnt die Kette da durchziehen und es als Gürteltasche tragen. Ich will es definitiv als Crossbody tragen. Sieht wahnsinnig stylisch aus. Es ist einfach nur ein Mode-Accessoire, Leute. Nichts weiter. Wie gesagt, als Tasche ist es nicht wirklich zu gebrauchen. Ich habe mich verliebt. Ich fand das immer toll. Die war ständig ausverkauft. Sie war nicht zu bekommen. Ich konnte es selber kaum glauben, weil ich gedacht habe, tja, also, aber anscheinend bin ich nicht die Einzige, die es liebt. Die Kette kann man abmachen. Das heißt, man könnte es auch einfach nur als Kreditkarten-Etui nutzen. Einfach nur mal für die, die es interessiert. Ich habe hier mein Karten-Etui und das hat im Prinzip genau dieselbe Größe. Ich könnte das noch nicht mal da reinstecken. Es ist zu groß, um es hier reinzutun. Aber nur, dass ihr im Vergleich einfach mal seht, wie klein dieses Ding ist. Aber wie gesagt, es ist wahnsinnig toll für mich. Es ist ein Mode-Accessoire zu einem bestimmten Outfit jetzt im Sommer. Klar muss ich dann, wenn ich meine Sachen mitnehmen will, eine größere Tasche mitnehmen. Aber es ist wahnsinnig stylisch in meinen Augen. Ich liebe es. Nano Oblique Satin Pouch. Und jetzt kommt das Hauptgeschenk, was ich bekommen habe von meinem Mann. Und wer mir auf Instagram folgt, hat sie wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe sie da mit einem Bild gepostet, weil ich meine Freude kaum zurückhalten konnte. Leute, ich kann es selber nicht glauben, dass ich sie haben darf. Ich sage euch ganz ehrlich, das war ein absoluter Spontankauf. Ich wusste gar nicht und habe diese Tasche nicht wirklich gesehen. Ich hatte lange mit der Medusa Bag geliebäugelt, aber mit einer anderen. Und als ich dann im Laden war, um mir die Sachen einfach mal anzuschauen, habe ich diese Schönheit gesehen und da war es um mich geschehen. Es ist die Versace Medusa Bag, die studdet, also mit diesen Stuts. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber diese Stuts sind wie Keramik. Sie glänzen weiß. Das kommt auf der Kamera, glaube ich, nicht so rüber. Sie sieht aus, als wäre sie aus Keramik. Sie sieht gar nicht aus wie eine Handtasche, wenn ihr sie jetzt live seht. So sieht sie aus, einmal von der Seite und einmal von hinten. So sieht sie aus. Dieser Belt, der hier dran ist, gehört nicht zur Tasche, Leute. Diese Tasche kommt normalerweise, und das möchte ich für die, die es interessiert und die sich die Tasche vielleicht schon mal angeguckt haben, kommt mit diesem Strap. Ein ganz normaler Ledergurt und der wird hier praktisch an die Tasche dran gemacht. So sieht das Ganze aus. Und ich sage es euch ganz ehrlich, Leute, dieses wird bei mir niemals irgendwie benutzt werden, denn ich mag diesen Gurt überhaupt nicht. Hätte die Tasche nur diesen Gurt gehabt, ich glaube, ich hätte sie tatsächlich nicht gekauft. Aber als in der Boutique dann dieser da dran kam, dieser Strap, war es um mich geschehen. Hier sind an den Seiten diese kleinen Versace Medusas dran. Also praktisch, das wurde einzeln noch dazu gekauft. Das geht hier praktisch so durch. So sieht es aus. Ich mache sie euch einmal auf. Es ist Magnetverschluss. So sieht es aus, wenn ihr das aufmacht. Ich habe die jetzt hier ein bisschen gesackt und sie ist innen. Ich hole das mal raus. Fliederfarben, Leute. Dieses Flieder ist alles. Hier ist noch so eine kleine, ein kleines, so mit Reißverschluss, noch so ein kleines Täschchen mit eingearbeitet. Ansonsten ist es einfach nur so. Leute, es ist für mich keine Tasche, es ist ein Kunstwerk. Ich habe sie gesehen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe noch nie, ich habe ein paar Designertaschen, nicht zu viele, aber ich habe ein paar. Das ist mit Abstand für mich das Schönste, was ich je gesehen habe. Das war Schockliebe. Die hat mich fast zu Tränen gerührt. Es ist absolut meins. Hätte ich mir eine Tasche kreiert für mich, so hätte sie ausgesehen. Leute, ich kann euch in Worten nicht beschreiben, was ich empfinde, wenn ich diese Tasche in den Händen halten darf. Es ist für mich definitiv nichts Alltägliches, dass ich sowas bekomme. Ich habe Schmetterlinge im Bauch jedes Mal, wenn ich sie angucken darf. Und ja, ich werde sie ewig haben, hegen und pflegen und genießen und wollte sie einfach mit euch teilen. Auch einfach für die, die es interessiert und die die Tasche live noch nicht gesehen haben. Ich zeige sie euch jetzt nochmal ein bisschen näher. Versucht das ein bisschen einzufangen. Oh mein Gott, Leute, ich liebe sie. Ich weiß, das ist nicht was für jedermann. Definitiv nicht. Sie ist auffällig, sie ist wuchtig, sie ist sehr weiß. Aber genau das liebe ich an ihr. Und für mich ist es alles. Mein lieber Mann hat sie mir geschenkt. Ich kann ihm nicht genug danken. Mein Liebster, wenn du jetzt zuschaust, vielen, vielen Dank für dieses mega, mega, mega tolle Geschenk. Ja, ich könnte nicht glücklich sein. Leute, aber das war es. Meine Geburtstagsgeschenke. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und es war nicht zu viel. Wie gesagt, es sind mega tolle Sachen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Aber eine Sache will ich euch sagen. Das schönste Geschenk, was ich bekommen habe dieses Jahr zum Geburtstag, habe ich von meiner Tochter bekommen. Und zwar von meiner großen Tochter. Die 14 Jahre geworden ist. Sie hat mir einen Brief geschrieben. Und Leute, das, was dieser Brief mir gegeben hat, kann hier nichts, was ich euch heute zeige, mir jemals geben. Deswegen, ich schätze, was ich haben darf. Aber noch viel mehr schätze ich meine Kinder, meinen Ehemann, meine Familie, alle Leute, die mich lieben und die ich liebe. Und das ist mir wirklich das Aller, Allerwichtigste im Leben. Und das wollte ich hier noch einmal sagen. Ansonsten, ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Und wir sehen uns bald in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.